Hallo liebe Leute, willkommen beim LS15 mit Defend LP. So, müssen wir mal gucken, wo ich da dran gewesen bin. So, rechts, ja, ja, so. Das Problem ist, ich habe keinen Dünner, das ist falsch. Da kann es abbleiben, da kann es abbleiben. Ja, es zählt, es zählt gerade, ich habe diese Woche noch Bescheid bekommen, wenn ich die jetzt kriege. Krieg jetzt heute, also heute ist nicht mehr los, also so morgen oder Montag sollte ich die kriegen. Soll dann Flüssen laufen beim Aufnahmen dann und beim ETS und so, aber ob die einstellen, ob da bleibt, das ist die andere Frage. Ich bin extra vor zwei Wochen oder drei oder knappen Monaten extra dahin gefahren, wo ich den bestellt habe, eine Stunde fahrt hin. und die haben ja am Dienstag, Mittwoch angerufen, ey, feind, wenn brauchst du jetzt länger wieder oder wenn... Und sie hat gesagt, ja, nein, sie haben gedacht, dass ich die wiederhole, quasi, wieder hinfahre und obwohl, dass ich mit denen abgemacht habe, die schicken wir auch, die jetzt länger. Das war mir schon ein bisschen komisch, ne? Ja, und jetzt, solange das ist Lenkrad oder nicht, oh, äh, was ich nicht hab, muss ich warten, ne? Ja, momentan habe ich auch viele, viele Arbeit hier oder beim Ultenheim, der vier, äh, ne, G4, äh, VG, G4, äh, G4, MR TV, er mich schon ein paar Mal gefragt, und diesen jener ist jetzt kann sein, dass jetzt noch ein neues Spiel zu kommen. Es wird cool, wenn er auch mal zu mir und zuerst komme, kann, wenn er will, dann soll mir einfach mal anschreiben, und ich kriege jetzt nochmal einen Zuspieler dazu, wo es bei mir auch beim LS 13 mal schon mal gezockt hat. Vielleicht die, von euch kennt er auch schon, aber ob er kommen will, das ist wieder die andere Frage. So, und das geht. So, das muss, äh, auch noch schnell wieder fertig machen. Aber ob es hier noch gut geht, 50.000 habe ich noch. Aber ob es hier noch gut geht, 50.000 habe ich noch. Aber ob es hier noch gut geht, 50.000 habe ich noch. Ja, ich will bisschen, oh. Aha, Raps gibt's ja. Meist Excel aber noch kein Geld dazu, weil bei mir kommt als nächster, wenn ich ein gutes Geld, äh, sparen kann, kommt der hier. Ja, weil, das ist auch ein Trasher, aber, ähm, ja, von momentan kommt bei mir nur der da in Frage. Ich könnte auch Ding machen, aber nein. So, dann Trash, oh, Standard Trash, warte mal. Trash, das, das könnt ihr auch noch zulegen. Verkaufen, aber für den anderen kriegt auch wahrscheinlich nicht mehr viel über. Ähm, Verkauf. Da auch 52.000, 3.000, 100.000. Hm, ja. Aber, dann wird der Schneid weg für den kleinen, wie viel kostet der? Für den kleinen kostet auch wieder 10.500. Hm, dann wo ist der Job? So, ich renn, renn kurz drüber, ob ich die Fahrzeuge automatisch kann verkaufen, weil dann ist es mir erst einmal besser. Weil, ihr habt den kleinen ein bisschen was umgehendert, weil, ihr habt keinen Bock bei 3.000, äh, immer jedes Mal abladen, darum hab ich den bisschen aufgedockt. Oh nein, hier muss ich alles selber verkaufen. Hi, hey. Oh, shit. Äh, jetzt sind die Minute gar abgelaufen. Ich muss wahrscheinlich ein paar Programme mal löschen. Was macht denn der da unten? So. Und der hat noch 4.200 und der, der klein hat, äh, der klein hat, hier steht 3.000, aber ich hab glaube ich noch 50.000 geballert. Ich mach das nicht. Ich mach es nicht. Du, aus... ... ... ... ... vor allem wo lege mir hier den steuer sonst verkaufe den steuer, warte wieviel PS hat den steuer steuer hat 114 und dann hole mir der will ich nicht, da ist der schwach weil da steht auch nichts wieviel Power er hat wahrscheinlich auch der hier aber wieder kein Frontgewicht scheiße 95 25 25 wahrscheinlich den das könnte auch gehen das ist mir auch wieder zu toll der 828er ja kommt die Kutsche hier also definitiv der steuer muss weg da soll der Fanta reinkommen dann bei mir jetzt auf dieser Map will ja versuchen nur versuchen nur mit Fanta arbeiten auch wenn ihr sagt nein vielleicht auch kommt nur den Case den Case warte kurz kann ich euch gleich sagen welches das ich dann noch zunehmen würde weil ich bin als als beim LU fahre ich nur nur Fendt mein Chef weiß dass ich nur Fendt fahre das natürlich das voll das habe habe ver Ich verfalle immer alleine selber Tja, aber da ist das schief runter Keine Ahnung was hier los ist Ohohohoh So, der läuft, der läuft, der läuft. Was macht denn der jetzt? Boah, er legt langsam. Scheiße, Dreck. Nur 10 Minuten draufgenommen. Komm, Baby. Ja, als nächstes, ich mach dann hier die Sehnen fertig und lass den mal so. So werden wir jetzt geschrieben. Oh Gott. Über wie die hier belästigt. Keine Ahnung, wer mir das da schreibt. Teilweise wäre es besser, die Standard-Dinger in Lauf zu lassen. So, oben mal fertig. Und den. So, aber ich verkauf schnell den Drescher. Und kaufen den neuen Drescher. Und testen. So, ähm. So, wer, ehrlich, ehrlich. Hat der hier. Schlepper wird schwer zu dem verkaufen. Warte, ich krieg jetzt noch für den Feier. Feier. Ähm. Ich muss noch ein bisschen gucken, dass ich vielleicht mein PC ein bisschen mehr frei Platz mache hier. So. Das hab ich mir dann am Morgen schnied. Woah. Woaaah. Und das kann ich auch haben. Es lägt. ...ja das heisst ich hab zu wenig gespeichert weisst ja nicht so liebe Leute, ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal, tschüss Denkt an die Tage, die hinter uns liegen